Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So viel Neid ist jetzt hier gerade gar nicht, aber Michael Knight würde sich freuen. So, ja, schön, ich habe einen Hammer in der Hand. Ich sehe, der Flexi aus der Vergangenheit hat hier, puh, was hat er denn hier Schönes gemacht? Der wollte eine Falle bauen, so wie das aussieht, eine Zombie-Falle für die ersten Zombies. Was mit Rampe, glaube ich, war gewesen, ich bin jetzt ein bisschen länger raus, muss ich dazu gestehen. Für euch ist wahrscheinlich jetzt nur ein Tag vergangen, für mich ist jetzt mittlerweile schon drei Wochen her. Ich hatte das, glaube ich, letztes Mal Ende Januar aufgenommen und wir haben jetzt aktuell... Moment, einen Moment bitte. Und mittlerweile haben wir Ende Februar. Guten Tag! Was ist mit dem? So, jetzt mal Ruhe hier. Mann, ich erkläre doch gerade hier. So, komme ich hier auch drauf? Ja, das geht. So, und, äh, ja, ein bisschen länger her, aber nichtsdestotrotz. So, deswegen, ich muss jetzt mal erstmal ein bisschen reinkommen wieder. Äh, was wir machen wollten. Wir wollten eine Falle bauen, ja. Aber auch so, dass sie nicht reinkommen, auch außen nicht. Sondern, dass sie quasi da reinfallen. Also nicht, dass sie hier außen rumlaufen können, ne? Das heißt, ich müsste diese Plattform auch wegnehmen, wenn ich das richtig jetzt sehe. Äh, abreißen. Ich probiere das mal. Müsste ja eigentlich sein, weil sonst können die ja drum rumlaufen, ne? So. Aber die sollen ja reinfallen. Ah, da ist doof, ne? Da würde ich auch drüber springen, ne? Ganzhaft. Zabba! Was ist denn mit ihr? So, ich nehm da mal alles. So. Dankeschön. Ähm, kann ich jetzt mal in Ruhe hier weiterreden? Also, ich reiß die mal ab. Und ich will noch mal legen, ob ich die da außen auch abreiße. Die hier. Weil das ist jetzt noch nicht so ganz das, was ich möchte. Weil irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist scheiße. Hm. Weil die... Ich weiß nicht. Ich müsste... Warte mal. Wie baue ich denn jetzt noch mal hier... Wie war denn Bau-Menü B? Wie bauen? Äh, ne Treppe. Genau. Können wir bauen? Kann ich... Erst mal niedriger machen. Oh Gott, ich muss erst mal reinkommen wieder. Gott, das war ja so furchtbar. Äh, unsnappen. Mit alt. Alt. So, sieht gut aus. Ja. Damit die da reinfallen, ne? So, ich dreh das mal. Ja, es kann von mir auch schräg sein. Das sollen die hier... Die sollen ja nicht hier so... Weißt du, wie ich mein? Ist ja scheißegal, wie es aussieht. Die sollen ja dann im Prinzip nur... Uah, hör auf zu ruckeln. Die können von mir aus hier rauflaufen. Bauen wir ein paar Treppen. Dass die so da reinfallen. Weil dann nehmen die ja... Also ich hoffe, die nehmen dann Schaden so. Wie ich mir das vorstelle. Ich hätte das normalerweise noch einen breiter bauen müssen. Ist einfach so. Ich bin mir nicht sicher. Ich mein, wir haben ja noch Leute, die springen können, ne? Die Zombies. Das ist meine erste Monsterfalle, die ich hier gebaut hab. In so einem Tower-Defense-Survival-Game. Nennt man ja, glaub ich, so, ne? So, jetzt heißt also... Ich müsste hier eine Wand bauen. Warte mal. Müssen wir mal gucken. Haben wir denn noch irgendwie was für Wand? Nein, uns fehlen Bretter. Das heißt, ich brauch Holz, ne? Und Holz haben wir, glaub ich, so gar nicht da. Deswegen, ich muss erst mal ein bisschen hacken. Holz-Hacking ist das, was wir tun müssen. Das machen wir mal eben. Survivalen. Ja, ist das, ist das wieder schön, hier zu sein. Ach, toll. Mittlerweile bin ich ja im Stream mit Kalisto-Protokoll durch. Und, äh, ja, hab schon was Neues, Großes angefangen. Obwohl ich gesagt hab, nein, ich mach keine großen Spiele mehr. Aber Atomic Heart wurde mir zugeschickt. Äh, lieberweise. Vielen, vielen Dank nochmal an den Publisher. Und, ähm, ja, deswegen. Und ich hab eh drauf gewartet. Ich wollt's eh spielen. Und, ja, komm. Dann machst du's halt im Stream. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise... Kommt übrigens auch auf YouTube, kann ich euch schon mal sagen. Wird wahrscheinlich so Ende April, ja, Anfang Mai werden. Ach, das geht gar nicht. Das, ach, das ist ja auch der Strommastik, mir so doof. Ähm, Ende April, Anfang Mai wird wahrscheinlich Atomic Heart kommen. Auf YouTube. Für die Leute, die vielleicht nicht den Stream verfolgen. Und eher so hier so auf YouTube rum kausieren. Oder, oh, äh. Was ist denn mit der? Gab übrigens schon wieder ein Update hier bei dem Spiel. Äh, aber jetzt nix weltbewegendes. Ein paar Bugfixes und so. So. Ja, sehr schön. So, Baumstamm. Dann werd ich mal eben... Hä, was ist denn mit dem? Ach, der brüllende Nachbar kommt schon wieder. Hä? So, alles nehmen. Und dann kümmere ich mich mal um den hier. Äh. Nein, hör auf. Aua. Ups. Ja, bist du kopflos, wa? Ach, nehm ich mal mit. Wenn wir schon hier sind. Ich müsste mal ein bisschen Leben auftanken, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wie geht denn das nochmal? War das Essen? Äh. Fleisch. Oh, hier ein Apfel. Ich ess mal. Wir heilen aber nicht. Das ist nicht gut. Ah ja, der Riegel, ne? Leben und Energie. Davon haben wir nicht so viele. Selbstmord? Warum? Okay, jetzt haben wir keine Riegel mehr. Aber dafür haben wir wieder volle Ausdauer. Ähm. Wir haben 16 Uhr. Und ich wollte eine Wand bauen. So, dann gucken wir nochmal. Dazu muss ich erstmal ein paar Holzbretter herstellen. Machen wir nochmal. Oh Gott. Am besten mit Fenster. Äh. Ja. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, da kann man hier so rausgucken. Das ist sehr schön. Find ich gut. Hätte ich da drüben. Hätte ich da drüben auch gerne. Ähm. Vielleicht hier. Vielleicht hier. Oder? Ne. Dann könnt ihr da draufstehen. Das ist doof. Lieber hier. So. Genau. Dann könnte man eigentlich hier auch noch eine... Eigentlich Wände mit Fenstern bauen, oder? So. Dann fallen die ja eh da rein. Ich würde vielleicht eine Öffnung lassen. So. Damit hier mal... Damit wir auch gucken können, was da so Phase ist. Find ich gut. Hier können wir dann flüchten zur Not. Das ist ja alles Vorbereitung auf die nächste Nacht, ne? Wir haben ja immer einen Tag. Haben wir ja rausgefunden. Und äh. Genau. Das find ich ganz cool. Ich würde aber trotzdem auch gerne ein paar Spikes bauen. Drumherum. Um unsere Base. Ähm. Wo waren die denn? Hier. Genau. Dazu brauchen wir Holz. Kriegen wir Holz durch den Tisch? Oder wie war das nochmal? Ja. Kriegen wir. Okay. Das heißt, wir können insgesamt drei herstellen. Okay. Das heißt, ich muss nochmal ein bisschen Holz farmen. Ähm. Schauen wir mal. So. Ja. So lebt sich das also hier in dieser Survival-Welt. Und wir müssen die auch noch ein bisschen erkunden. Ich würde versuchen, die nächste Nacht so ein bisschen zu überleben. Und natürlich überleben, klar. Wir müssen noch ein bisschen Waffen bauen auch. Und ähm. Ich würde am morgigen Tag, also am nächsten Tag, würde ich ein bisschen weiter erkunden wollen. Ein wenig. Ne? Weil wir ja noch gar nichts groß gesehen haben. Wir haben nur so ein bisschen unsere Nachbarhut quasi erkundet. Aber ansonsten haben wir noch gar nichts gesehen. Und die Karte ist ja verdammt riesig. Muss man ja so sagen. Ich bin so gespannt, was alles, äh. Was alles noch so kommt. Also, was wir alles noch sehen werden. Entdecken werden. Ich kann mich entsinnen. Ich habe ja Anfang des Let's Plays ja gesagt. Let's Play sag ich jetzt schon. Ist doch voll out das Wort, oder? Oder die Aus-Umgangssprache. Ähm, nein. Ganz am Anfang der ersten Folge. So rum ist besser. Habe ich ja gesagt gehabt, äh. Ich habe das Spiel ja schon mal im Stream angefangen. Vor, keine Ahnung, ich glaube ein, zwei Jahren oder so war es. Ist, glaube ich, jetzt nicht allzu lange her. Und da haben wir im Stream, haben wir ein Krankenhaus erkundet. Das weiß ich noch. Da war, das war auch voller Zombies und so. Alles, alles verseucht. Also, es war schon, äh, sehr, sehr cool gemacht auch. Ich bin gespannt, ob das, ähm, ob dieses, ähm, Krankenhaus noch gibt. So, ich fälle den Baum und gleichzeitig den Busch hier. Oder den Tannebaum. So. Mich würde mal interessieren, ob, äh, Bäume nachwachsen. Oder ob wir welche pflanzen können. So. Gut. Ach, ist das schön leer hier. Kann man nochmal drüben eine Base bauen. So. Ähm. Ich muss mal gucken wegen Waffen auch. Weil wir brauchen auf jeden Fall, äh, ja, noch mehr Pfeile. Pfeile und, äh, ja, Bogen und, also Bogen haben wir ja, aber Pfeile. Vielleicht können wir ein paar Stahlpfeile herstellen. Haben wir schon? Hatte Flexi aus der Vergangenheit irgendwelche Stahlpfeile gebaut oder so? Oder Stahl hergestellt? Oder Eisenerz gesammelt? Oder Eisenerz gesammelt? Ich, ich kann mich entsinnen, dass er, glaube ich, Eisenerz gesammelt hatte, oder? War da irgendwas? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Hm. Wie gesagt, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Du, nicht, dass ich jetzt hier in die Falle laufe. Äh, ich würde es mal... Es war, es war so, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Ich mach's nie wieder. Oh Gott. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Äh, wo ist denn jetzt hier der... Der Durchgang? Hier kann ich rüberhüpfen. Kann ich hier... Ja, das geht. Puh. Okay. Ich hoffe, die Zombies entdecken diese Ecke nicht, diese Lücke. Aber die sind ja, glaube ich, nicht schlau. Die sind ja doof. Irgendwie das ja. So. Also, dann baue ich mal ein bisschen Holz. Ähm, wie viel machen wir denn? Machen wir mal ein paar, ne? Machen wir 28. Komm, let's go. Was soll's? Äh. Oh, Ranke. Können wir sogar Äste bauen. Ja, ich muss mal, ich muss mal so langsam anfangen einzusortieren. Wir haben ja Boxen. Wir haben sogar... Ach, Munition haben wir. Aber leider keine Waffe, ne? Kupfererz haben wir. Ach, guck mal an. Das kann rüber. Was haben wir denn noch hier drin? Das kann auch rüber. Was ist das? Schwefel. Was haben wir denn sonst noch? Ei. Haben wir noch ein Ei? Wir haben eine Orange. Kann ich die essen? Gibt Leben. Achso, kann ich jetzt hier nicht essen. Das ist Samen. Oh ja, wir können pflanzen. Cool. Wir haben noch hier ein paar... Oh, die sind voll. Die Kirschen würde ich essen. Dann packe ich die noch dazu. Gut. So, dann gucken wir hier. Was haben wir hier noch? Den Harz. Ab in den Harz. Hier haben wir... Oh, wie haben wir noch Holz hier? Na, guck mal an. Blätter. Ich meine, das haben wir sogar woanders noch drin. Kräuter. Ähm... Hier die Lappen. Eisenerz. Oh ja, wir haben Eisenerz. Hui. Kaninchenpelz. Oh, wir haben sogar Eisenbarren. Holy shit. So, Ranken. Würde ich mal behalten. Äste auch. Hier ist nochmal Baumstamm. Könnte man zur Not auch nochmal... Warte mal, der war doch im anderen. Der Stein war doch woanders drin, ne? Oder? Hier. Da haben wir schon zwei. Ähm. So, die Orange. Das Brett. Das Estlein. Stück Eisen. Können wir denn schon irgendwas brennen? Ziegel. Kupferbank. Oh ja, können wir hier. Eisenerz. Oh, da müssen wir gleich mal gucken. Ich würde das mal eben essen. Hier die Kirsche. Und den Apfel. Oh, Fleisch. Müssen wir braten. Wird leider... Wird Gott sei Dank nicht schlecht. Nicht leider, sondern wird Gott sei Dank nicht schlecht. So. Was war das denn? Okay. Ähm. Was wollte ich denn? Holz haben wir hergestellt, ne? Jo. Ich habe mein Holz. Das heißt, wir können... Oh ja. Aber wir haben nicht mehr viel Seil, ne? Wo stellte ich denn nochmal Seil her? War das hier? Ja. Dazu brauchen wir... Oh, Stoff haben wir. Warte. Stoff und Schnaps. Stoff und Schnaps. Und dann alte Chille will kein Problem. Dann komme ich vor. Ich komme nicht allein, denn ich habe Stoff und Schnaps. So. Da machen wir direkt mal hier volles Programm. Sehr schön. Können wir den... Stoff können wir auch herstellen aus Blätter. Oh ja. Unendliche Ressource. Klasse. So. 18 Uhr. Es wird so langsam. Licht haben wir auch, ne? Genau. Da war ja was. Es wird gerade sehr dunkel. Und dem Dunkeln ist gut munkeln. Deswegen mache ich schon mal Taschenlampe an. So. Ich würde gerne ein paar Spikes bauen. Einfach zur Vorsicht. Warte mal. Ich mache die mal so. Snappt er an? Ja. Sehr schön. Kollision mit anderen. Alles gut. Hier hinten kommen ja sowieso nicht so viele. Die kommen eher vorne. Deswegen würde ich eher so ein bisschen in den vorderen Bereich halt machen. Ruhig so zwei, drei Reihen. Wenn das geht. Wenn wir genug haben vor allen Dingen. Schauen wir mal. Gleich werdet ihr sehen, wie da ratzfatz wird sich der Totenkopf wieder füllen. Ich glaube so ab 20 Uhr geht das los, ne? Oh, wir haben nicht genug Ressourcen. Was? Kann gar nicht sein. Holz. Es fehlt ernsthaft Holz. Oh Gott. Das werden wir nicht schaffen. Die andere Seite noch, ne? So ein Mist aber auch. Dann hacke ich noch mal ein bisschen was, oder? Da drüben ist auch noch ein Kandidat. Ich sehe ihn rechts am Bildschirm. Der muss auch weichen. Ah, ich freue mich schon auf unsere ersten Touren. Das wird bestimmt richtig cool. Und wir werden gerne, ich würde gerne Waffe, wir müssen noch Pfeile und so einen Kack bauen, ne? Das ist, da muss ich gleich noch nachgucken. Dass wir Stahlpfeile oder so bauen. Irgendwas Waffenmäßiges. Was Besseres. Oder hatten wir irgendwas anderes vor? Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles vorhatten. Ist alles zu lange her. Level up! Sehr schön. So, warte mal. Ich mach mal hier auch noch ein bisschen Holz hacken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es eilt ja nicht. Wir haben ja Gott sei Dank die Zeit relativ gut eingestellt. Na? So. Na? Wie ist... Äh, hallo? Oh, der ist so ein Untergang. Ist ja schön. Hä? Geht... Ich wollte gerade sagen, geht der nicht? Drei Baumstämme. Pass auf, ein Riesenbaum! Wie viel kriege ich hier raus? Bin ich mal gespannt. So. Hua! Ha! Hu! Ha! Die Axt ist, glaube ich... Ist die kaputt? Zwei Baumstämme. Okay, alles klar. Oh, die Ingo Lenzen-Gedächtniskamera. Hier durch den Busch. So. Sehr schön. So, dann nehmen wir auch noch mit. Du, 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 du. Mittlerweile ist ja sogar Songs of the Forest rausgekommen. Ja. Mal schauen, ob ich das vielleicht als Let's Play mache. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin ja gerade privat mit meiner besseren Hälfte, das am Spielen. Den ersten Teil. Also, The Forest. Und, äh... Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, dass das nächste Survival-Game dann hier wird, nach, äh, Night of the Dead. Bin mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Ähm. Ich muss mal gucken, wie wir auch unsere Energie und so ein Kram machen, ne? Das ist ja... Puh. Ich bin gespannt, ob diese Falle funktioniert. Ich glaub zwar nicht dran. So. Uah. Uah. Loh, hier rauf. Komm schon. Ach, schön. Der Sonnenuntergang. Bald ist es soweit. So, warte. Äh, Holz. Ich und mein Holz. 28 an der Zahl. Das heißt... Ja, okay. Den Rest haben wir noch, ne? Ja, 15 Seile noch. Könnte knapp werden. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn... Wie viel hatten wir denn auf der Seite hier schon jetzt gemacht? Ah, normalerweise muss man eine dritte Reihe eigentlich. Zumindest ein bisschen. Ja, niedriger. Na, niedriger. Wat? Äh, alter. Äh, alter. Äh, alter. Äh, äh, äh. Wo kommt der denn her? Gott hat der, äh, alter. Äh, nein. Äh, 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 aua. Alter, hab ich mir jetzt in die Hose geschissen. Äh, wo kommt ihr denn her? Äh, halt. Hä? Hä? Hör, wo kommen die her? Oh Gott, hab ich mich jetzt verjagt? Alter. Die sind auf einmal da. Boah, Bruder, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich war völlig perplex. Ich, ich hab das gar nicht realisiert, was da jetzt gerade passiert ist. Ich war noch völlig im Baumodus. Alter. Uff. So, okay. Hier können wir noch Spikes bauen, ne? Fällt mir gerade auf. Einfach, äh, ne, warte mal, nicht unsnappen. Weil nicht, dass sie auf die blöde Idee kommen, da versuchen, den Dings wegzumachen. Ah, uns fehlt wieder was, ne? Ah, wieder Holz. Das ewige Leitholz. Wir müssen echt einen Tag mal nur Holz hacken oder so.